herzlich willkommen zurück und also früher war ich muss ich gerade denke ich tue ja immer die aufnahme abbrechen während der zeit so zehn minuten gehen hier 19 minuten meistens und m für ging so ein level nur ein grad mal fünf minuten oder zehn minuten und jetzt geht es 20 minuten lang oder fast 15 15 minuten besser gesagt so ungefähr 15 minuten und immer mit diesem teil da alles wegpusten gleich mache ich jetzt nicht auch mal hier also nicht ganz nicht alles geschafft ja jetzt kommen die letzte welle die letzte große welle kommt jetzt vor allem immer da immer da ist es schwierig aber hier das schaffen wir der der kopf ist fast ab gleich ist der kopf ab und hier soll ich lieber noch einnehmen das ist meine frage es waren vier stück waren das glaube ich hier vier stück waren das und das mit den vier nicht fertig kommen er war da jetzt die teile haben geht das ganze jahr wir schaffen es aber wir schaffen es weil der weil das hier macht jetzt ja auch den rest weg und wir haben das level geschafft hallo ihr seid hier ist deine mutti bitte was notiz gefunden hallo hier ist deine mutti bitte komm rüber es gibt tagbraten lasst die die haustür auf den rasen ungeschützt herzliche mutti nicht die zombies also mutti schon mal gut geschrieben kommen schon mal geschrieben rüber auch gut geschrieben also ganz ohne vieles ist natürlich eine extrem viele fehler warum ist es auf einmal so dunkel ist das heißt das heißt nicht gut ist naja hoffentlich überlebt überlebst du die nacht wo ist das gemein also was ist das für ein gemeines level was ist das für ein aggro gemeines level musik ernsthaft sagen es kommt ein bisschen so viel wie so ein horrorspiel kommt mir das so ein bisschen vor wie in so einem horrorspiel so ein kleines bisschen kann man es auch weg ja boah ne leute ich glaub das brechen wir mal ab und wir machen dieses level nämlich weiter in der nächsten folge let's play flames for the zombies weit drauf gespannt ich finde es auf jeden fall mega schwierig wir sehen uns nächste mal bis dahin ciao ja 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 ja